Was ist Anway eigentlich? Es ist ganz einfach. Anway entlohnt Sie dafür, dass Sie Produkte vermitteln und Sie neue Leute gewinnen, die dasselbe tun. Sehen wir uns einmal Sack an. Er hat gerade mit dem Anway-Geschäft begonnen. Er hat seine erste Bestellung gemacht. Klasse! Sack erhält seine Produkte. Und die sind echt gut. Er liebt die Anway-Produkte. Und das Tolle daran ist, für alle gilt die Anway-Zufriedenheitsgarantie. Echt super! Sack erzählt seiner Familie, Freunden und Leuten, die er trifft, von seinen neuen Produkten. Alle wollen die Produkte ausprobieren. Also beginnt er, die Produkte an Sie zu verkaufen. Wow! Sack hat in kürzester Zeit sein Einkommen gesteigert. Er macht sofortigen Gewinn, da er die Produkte zum Einkaufspreis bezieht und zum empfohlenen Verkaufspreis weitergibt. Genial! Sack ist fasziniert und möchte alles über den Anway Sales & Marketing Plan erfahren, der einfach ausgedrückt darin besteht, Produkte zu kaufen, um sie wieder zu verkaufen und andere Menschen für das Geschäft zu begeistern. Sack erzählt seiner Familie, seinen Freunden und Leuten, die er trifft, von seinem neuen Zusatzeinkommen und wie der Marketing Plan funktioniert. Auch sie sind so von der Idee begeistert, dass sie das Gleiche machen wollen. Also erklärt Sack ihnen den Marketing Plan, bringt sie ins Geschäft und macht sie mit den Rahmenbedingungen vertraut. Die gesamte Gruppe ist sehr aktiv. Sie kaufen und verkaufen Produkte und bringen andere ins Geschäft. Sie erreichen ein Ziel, erhalten den Bonus dafür und jetzt geht es richtig los. Je besser die Ergebnisse, desto größer die Anerkennung und natürlich auch das Einkommen, das sie jeden Monat erhalten. Sie beginnen, sich für Sonderzahlungen zu qualifizieren und werden zu tollen Geschäftsreisen eingeladen. Wieso haben sie diese Möglichkeiten nicht schon viel früher entdeckt? Beim Lernen, wie man Menschen für das Geschäft begeistert, Produkte verkauft und ein Geschäft führt, ist Sacks Gruppe nicht allein. Zwar haben sie sich ihre eigenen Ziele gesetzt und gehen ihr eigenes Tempo, aber sie werden voll und ganz durch Amways kostenlosen Online-Training, Marketing und Kundenservice sowie von erfahrenen Führungskräften unterstützt, um ihr eigenes Geschäft aufzubauen. Als Sack und seine Gruppe selbstständige Vertriebspartner wurden, haben sie es über 3,5 Millionen Geschäftspartnern in mehr als 50 Ländern gleichgetan. Sie alle sind Teil dieser erfolgreichen Firma, die seit mehr als 50 Jahren stärker und größer geworden ist. Das ist Amway. Es kann so einfach sein.